Ich kann trotzdem nach da hinten. Egal. Ich mach die alle platt. Hab hier einen Stachler. Hey Kalle, hast du wieder die Harpien gestachelt? Verstehst du? Kalle hat die Harpien gestachelt. Hätte das gedacht. Von unserem Kalle. Dass aus dem mal was wird. Heute ist er professioneller Harpien-Stachler. Ich wär so ein Eulenring. Ich krieg hier gar nichts und du wirst mit grünen Crab zugeballert. Oh, schubidu. Hier müsste ich jetzt um der Ecke Pyromant-Eisenkorn dann gleich sein. Ich mir das richtig gemerkt hab. Ich hab das reingetoucht. Was ist das denn für ein Portal? Das war hier früher nicht. Hä? Ich hab so, man Eisenkorn scheint noch da zu sein. Was ist noch da? Oh, das geht. Elementator? Hä? Kommt hier noch irgendwann? Das ist ja irgendwie ein Event. Ich kenn das nicht. Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Der war früher mal rare. Der Unmöglich. Und, äh, einer ist sich noch mitten im Blackrock, wenn du da als Geist umgerannt bist, dann hat es so ein Geister-Quest gegeben, falls du die jemals gemacht hast. Und hier, du musstest von Phineas Dunkelader, wie auch immer der, ui, äh, im Englischen hieß, musstest du den Hammer holen und dem Zwerg hier in die Hand geben. Okay, die Doro können nichts. Ich hab mich jetzt mal reingestellt. So mutig war ich. Und falls jetzt gleich einer fragt, wir machen die Runde für die coolen Kids. Die EP-Runde. Erstmal Loop. Viel wichtiger. Hier bin ich früher mal, hier, ab hier, als ich noch, äh, nicht wusste, wie man das vernünftig macht, bin ich immer hier runtergesprungen, um zu Raggi zu kommen. Riesenfehler. Riesenfehler. Bei der einen Wache dachte ich auch mal, Eddie. Tatsächlich, die hat sogar einen Sinn. Die beschwert eine zweite. Geil. Was ich nicht alle noch weiß. Für die Zuschauer, ich bin nur so erstaunt, weil ich sonst kein, keinerlei Gedächtnis besitze. Dobi kann halt bezeugen. Ja, nur zu gut. Dobi kann halt beeigen. Die Ecke habe ich immer geliebt. Weiß nicht mal warum. Ich glaube, ich weiß, warum es den zweiten Teil nicht mehr gibt, weil es den zweiten Teil, äh, oder, nicht in der Form gibt hier im, äh, Dungeon Finder. Weil du kannst ja, äh, zum Oktoberfest, äh, hier zum Braufest, kannst du, machst du ja hier, also nicht hier den Part, sondern ein Stück weiter den Part. Also, halt in der Kneipe. Aber da interessiert sich keine Sau dafür, weil du bist zu Level 90. Ich verstehe das nicht. Ich habe gerade einen Funken Hoffnung gesehen. Ich habe den Punkt wieder zerstört. Ich bin gestunnt. Wovon eigentlich? Ich habe gerade. Ich bin hier draußen auf der Terrasse. Das ist nicht so schön, dass ich gerade eine große Gruppe gepullt habe. Oh, 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 ich bin auch gestannt. Oh, oh, Hilfe. Oh, scheiße. Ach, du stehst auch neben mir. Was ist die doch sterben da draußen? Bis denn jetzt sind wir hier auf der Seite der Bank. Wenn wir den anderen Weg gehen, nach dem Troll, kommen wir hier auf der anderen Seite zur Kneipe. Scheiße, wir müssen ja dann die ganzen Kneipen-Boss auch alleine machen im schlimmsten Fall. Ach, hier müssen wir eh wegen dem Herz des Berges hin. Also, wir beide zumindest. Geil! Oh, neat. Dickes neat. Und dickes bekommen. Oh Gott, jetzt wird doch wieder ein ewig und drei Tage nicht mit meiner Tasche passen. Kleiner Sack Münzen. Das Problem ist, dadurch, dass wir so rumgelaufen sind, haben wir zu wenig Schlüssel. Oh, Edelsteine. Ding, 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 ding. Haben die denn die Quest für das Herz des Berges? Ne, das ist nur du. Noch nicht bereit. Wir sind so low. Low Bobs. Wann mal das Herz des Berges kenne ich den noch jetzt? So, warte mal, wie weit waren das jetzt? Drück zur Arena. Oh, mit keiner fragt. Hoffe, ich habe mir das richtig gemerkt, aber es müsste eigentlich so sein. Müsste jetzt da rumstehen, der Typ. Ich pull den einfach und komme in eure Richtung. Also, alleine jetzt. Müsste jetzt hier rumstehen, hoffentlich. Ja, ohne Wachen. Das kann ich noch nicht tun. Ich habe einen kleinen Zimmrill. Lauf. Ah, okay, wir sind zu viert. Ah, wir sind zu fünft. Das ist gut. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Voll gecheatet, guck mal, ohne Wachen. Okay. Okay, wir wollen mal trotzdem. Jeder mobb kann er pickt, und wir gehen nicht gut. Okay, wir haben jetzt unseren Schalitzel. Irgendeiner einen Schlüssel bekommen? Ich nicht. Ich bin nicht. Der Lickkasten im Gewölbe geöffnet habt. Äh. Ich weiß nicht mehr. Ich bin verpeilt. Ich habe den Dunkelbewahrer. Mach mal einen Stahlgriff. Welcher war denn nicht? Wer hat das Stilgriss? Mach mal einen Stahlgriff, gibt es doch gar nicht. Oder? Zumindest sagt mir das nichts. Ich habe von dem keinen Schlüssel bekommen. Was soll denn das? Merkwürdig. Das schwarze Gipfel. Ich weiß nicht, was das ist. Was machen die jetzt eigentlich? Da sind die... Da die kommt, okay. Das man hätte jetzt gerade weg. Hm. Ich möchte keine Frage, wo das sein soll. Weiß er nicht mehr. Ach, alle, der Anfänger, der ist doch hier. Das schwarze Gewölbe. Da waren wir gerade drin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh. Äh. Direkt wieder die Agro geklopft. Direkt viel. Diese Katze geht mir auf den Sack. Ach, wir müssen jeden verkackten Reliktkasten da aufmachen. Ach, du Scheiße. Das ist witzig. Genau. Irgendwie Schrott. Da ist der Herr Dunkear, da. Äh. Äh. Das ist zu weit entfernt. Der ist wirklich den ganzen kleinen Krampf zurückgefüllt, hab die scheiß Katzen wieder bestimmt. Vorsicht, komm weg. Au. Bullshit. Das ist zu weit entfernt. Mal loben. Kann ich noch nicht tun. Kann ich noch nicht wirken. Ja, beim letzten Mal hatten wir so viele Schlüssel, was? Ja. Dann haben wir so low. Kann ich noch nicht tun. Ich muss nehmen. Mal loben. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Sind da jetzt alle Level 51? Die Möglichkeit ist noch nicht bereit.